Da ist er wieder, Digga. Tomahawk am Start und heute mit einem extremst risikobehafteten Trade-Up-Contract. Ich habe nämlich ein paar Purple-Skins am Start. Und zwar sieht das wie folgt aus. Ich packe die mal alle rein. Den nicht. So. Das sind nämlich alles die letzten Rot-Skins. Okay, die Tech-Nine-Avalanche ist natürlich eigentlich top. Aber der Rest kann weg. Und deswegen machen wir das Ganze mal. Ich gehe natürlich davon aus, dass ich einen krassen Profit da rausschlagen werde. Aber wir werden sehen. Fein unterschrieben. Auf geht die wilde Fahrt. So. Mann! Was ist das denn für eine Kacke? Fuck! Ja, damit beende ich das Video. Schau. Das war es auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten schaut bei meinen alten Videos vorbei. Oder natürlich bei meinem Kollegen, dem Kebab-Kralle. Bis zum nächsten Mal. Euer Tomahawk. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.